Herzlich willkommen zu Dein bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Heimkino Soundsystemen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst Du Dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eines der Systeme bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir Dir alle drei Varianten verlinkt, sodass Du eine gute Kaufentscheidung für Dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir das Logitech Z906. Dieses Soundsystem mit seinen 1000 Watt Spitzenleistung wird Dich mit einem vollen Sound in Kinoqualität verzaubern. Die Erlebnisse, die Du mit diesem System haben wirst, sind einfach atemberaubend. Die Logitech Z906 Lautsprecher sind THX-zertifiziert. Das bedeutet, dass Du mit ihnen einen Surround-Sound erlebst, der sich genauso anhört, wie er klingen soll. Die Klarheit und Tiefe des Klangs sind wirklich beeindruckend. Und wenn Du Filme liebst, wirst Du den Unterschied sofort spüren, wenn Du das erste Mal Deine Lieblingsszene mit diesem System hörst. Ein weiteres Highlight ist die integrierte digitale Dekodierung. Sie verwandelt Dolby Digital oder DTS-codierten Sound in detailreichen 5.1 Surround-Sound um. Das bedeutet, dass Du jedes Detail in Deiner Musik, Deinen Filmen und Spielen hören wirst, als wärst Du mittendrin. Mit seinen sechs Eingängen kannst Du problemlos mehrere Geräte gleichzeitig anschließen. Egal ob TV, Blu-Ray-Slash, DVD-Player, DVD-Recorder, Konsole, iPod oder Stereoanlage. Das Logitech hat Platz für sie alle. Es ist der Mittelpunkt Deines Entertainment-Setups. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst Du das Soundsystem auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir das Sony Head S40R. Dieses unaufdringliche, stilvolle Gerät bringt echten Kinosound direkt in Dein Zuhause. Mit 600 Watt Leistung und einem echten 5.1 Kanal Surround-Sound sorgt diese Soundbar dafür, dass Du jeden Dialog, jede Explosion und jedes Detail in Deinem Film mit absoluter Klarheit und Präzision erlebst. Doch das ist noch nicht alles. Was diese Soundbar wirklich herausragend macht, sind die kabellosen Rear-Lautsprecher. Sie schaffen ein immersives Erlebnis, das Dir das Gefühl gibt, mitten in der Action zu sein. Du möchtest auch Musik von Deinem Smartphone streamen? Kein Problem. Die Sony HT bietet Bluetooth-Konnektivität, sodass Du Deine Lieblingssongs drahtlos abspielen kannst. Außerdem verfügt sie über einen USB-Anschluss, mit dem Du mühelos Musik von einem USB-Memory-Stick genießen kannst. Das bedeutet grenzenlose Möglichkeiten, um Deine Musik- und Filmwelt zu erweitern. Wenn Du also auf der Suche nach einer Soundbar bist, die sowohl klanglich als auch ästhetisch überzeugt, dann ist die Sony Head S40R definitiv einen Blick wert. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst Du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir Dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, das Teufel Ultima 40, vorstellen. Die imposante klangliche Einhüllung und die präzise Ortung aller Schallereignisse. Das bedeutet, dass Du mitten im Geschehen sein wirst, als wärst Du Teil der Handlung. Du wirst jeden Schritt, jedes Flüstern und jedes Schlagen deutlich hören, was Dein Filmerlebnis auf ein völlig neues Niveau hebt. Die Hochtöner mit Phase Plug sorgen für eine optimierte Klangabstrahlung und einen ausgewogenen Klang. Das heißt, Du wirst kristallklare Höhen und beeindruckende Mitten erleben, die die Nuancen in der Musik und die Klarheit in den Dialogen verbessern. Der mächtige Subwoofer ist ein echtes Highlight. Du kannst ihn wahlweise als Front- oder Downfire-Subwoofer verwenden, was Dir die Flexibilität gibt, den Klang genau nach Deinen Wünschen anzupassen. Und hier kommt das Beste. Er ist optional cabellos ansteuerbar, was Dir einen aufgeräumten Raum ohne störende Kabel ermöglicht. Das Dreiwegesystem mit zwei hochbelastbaren Tieftönern sorgt für hohe, verzerrungsfreie Pegel. Du wirst begeistert sein von der Klarheit und dem Volumen, das dieses Set bietet. Die Ultima 20 als Rear-Speaker und der Center mit doppeltem Mitteltöner gewährleisten eine exzellente Sprachverständlichkeit. Kein Wort wird verloren gehen, egal ob Du einen actiongeladenen Film ansiehst oder in ein intensives Spiel eintauchst. Schließlich ist der große 25mm-Hochtöner mit Phase-Plug und Waveguide verantwortlich für eine detaillierte, räumliche Darstellung. Du wirst jedes Detail hören, als wärst Du live dabei. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten Dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls Du immer up-to-date bleiben willst, kannst Du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit Deinem neuen Heimkino-Soundsystem.